Auch so YouTuber, die sind ja auch nicht echt. Die sind ja auch, die wurden auch von so Ufos hier hergebracht, von außerirdischen Leuten. Die wurden da irgendwie hergestellt von den Außerirdischen und werden dann da hochgeladen, werden ferngesteuert und müssen dann immer ihre Videos machen von Grämchen und Urlaub und Sport und was die alles reden. Aber das sind Verschlüsselungen eingebaut. Ja, und diese Verschlüsselung, die kann man nicht so leicht verstehen. Ja, das sind Mitteilungen, was diese YouTuber da bringen. Die wurden alle irgendwie mit Ufos hierhergebracht und dann da hochgeladen. Und Ufos, die kann ich hierher sehen. Die können das Licht ausschalten, da siehst du nichts von den Ufos. Nichts. Die können auch den Motor ganz leise machen. Da wirst du nichts. Nichts von den Ufos. Und ja, ja. Das ist schon schlimm. So. Also jetzt wisst ihr ja bescheid. Die Ufos bringen auch die YouTuber her. Ja. Weil die reden ganz andere Sachen wie normal irgendwie. Und das hat was zu bedeuten. So jetzt mal gucken. Macht's gut, Leute. Adios. Please. Die Kurve. Da. Untertitelung des ZDF, 2020